Hallo, ich bin Katharina, ich bin 16 Jahre alt und mache gerade mit Kulturwerke ein Auslandsjahr in Kanada, genauer gesagt in Burnaby, das ist direkt neben Vancouver. Ich stehe gerade vor der Schule und warte auf meine Gastschwester und in diesem Video zeige ich euch unsere Halloween Party hier. Die ist extra für internationale Studierende, aber es kommen auch KanadierInnen, also mal sehen. Luma, Luma! My back is hurting so much! Ich habe jetzt meine Gastschwester gefunden, die Rückenschmerzen hat, aber ja. Und wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Eine Sache ist noch zu erwähnen, nämlich heute ist eigentlich gar nicht Halloween, aber sozusagen eine Vor-Halloween-Party. Am richtigen Halloween kommen aber auch, würde ich sagen, so 30 Prozent der SchülerInnen oder 20 schon verkleidet in die Schule. Auch LehrerInnen verkleiden sich, also das ist hier wirklich ein Ding. Ich habe gerade mit meinem Creative Writing Lehrer gesprochen und er kommt einfach als Ken von Barbie. Er hat sogar blonde Haare, als es passt, aber ja. Jedenfalls sehr anders hier und nicht feierst. So, ein Keks für meine Gastschwester, den ich heute für sie gebacken habe in meiner Foodstudies-Klasse. Und einfach unsere Gastmutter hat uns einfach ein paar Lackpanier gemacht. Oh mein Gott. Seht euch das an. Oh mein Gott. Ich bin verliebt. Das ist ja toll. Ich habe mir jetzt erstmal Kaffee gemacht und dann nehme ich erstmal eine Dusche. Ich bin jetzt fertig mit dem Duschen und wir haben jetzt erstmal entschieden, dass wir zuerst unser Make-Up machen und unsere Haare und dann was essen und dann erst unser Kostüm anziehen, damit wir nicht unser Kostüm außer Seen beschmutzen. Ich bin jetzt fertig mit dem Oh nein, oh mein Gott! How do you know that? You always put on this... don't love it when you're like so... Ah, oh my god. Mamma is calling me! Bye, mamma! Ich hab jetzt auch meine Haare versucht noch irgendwie minimal so wilder zu machen, weil das besser zu meinem Kostüm passen wird. Und ihr seht dann bald mein Kostüm. Okay, wir haben jetzt auch gegessen Palakpanier und jetzt geht's an die Kostüme. Das ist übrigens mein Kostüm. Vielleicht erratet ihr ja schon, was ich bin. So, falls ihr es noch nicht erraten habt, aber ich bin Rapunzel mit kurzen Haaren. Die werden ihr ja am Ende des Films abgeschnitten. Das sind unsere Outfits. Jetzt siehst du ein schwarzes Häschen. Und ich bin auf und zu. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Party. Es ist sehr kalt und sehr dunkel, aber ja. Überall ist Polizei. Ich weiß nicht, ich höre ich die ganze Zeit hier. So, wir sind jetzt im Bus und ja, bald da. Okay, wir warten jetzt in der Schlange. Hi! So, wir sind gerade auf der Toilette. So, ja und jetzt geht's hier kurz. Guys, you wanna go back? Hi! 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 Wir sind fertig. Das war's ganz besonderes. Das war's. 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 Musik 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 Also die Party ist jetzt zu Ende Ah ja, es ist fast 0 Uhr und ja, wir sind jetzt wieder im Bus, zurück nach Hause, ja, war gut. Wir sind jetzt wieder zu Hause, wir trinken Kakao und ich trinke wieder Kaffee und ich will keinen Kommentar über meinen Kaffeekonsum in generell und machen uns bald fertig. Wir befinden uns wieder im Badezimmer, ich bin in meinem Schlafanzug, schön peinlich, muss sein, und ich schmink mich jetzt ab. There's a dog. Und der Hunch. Wir haben alles verloren, bye. So, nochmal zur Party, also ich fand sie sehr schön, hat natürlich ein bisschen immer gebraucht, damit die Stimmen richtig aufkamen, aber dann lief es auch richtig gut, hauptsächlich lateinamerikanische Musik hat mir auch gefallen und die Kostüme waren auch richtig cool teilweise, also das konnte ich nicht so gut filmen, aber wirklich, wirklich schön so. Es ist jetzt gleich schon 2 Uhr nachts und ich weiß nicht, die Party hat irgendwie so um 11.40 Uhr geendet, deswegen gehe ich jetzt schlafen und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos zu verfassen. Und damit sage ich gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.